Irgendwann schmarrn Es ist so zuher, dass ich bin, ja Zum Simplen, ja Ich habe bei 7 bezahlt, oder? Noch ein bisschen mehr So, warte mal das, warum wir hier, ne? Oh, ne Couch wäre auch schön Ne Couch wäre auch schön, oh, herrlich Machen wir das bitte noch ein bisschen los? Ja, dann kann ich ein paar Couch mitnehmen Tada Ich frag mich immer noch, wie sie eine Couch in den Eimer kriegen Aber, also in den Fass Die kriegen ja schon hin, ne? Klapp Couch Oh, oh, da ist nie jeder Alter, wirst du auch mich zu beschießen? Oh, wie schießt der mich? Hast du ein Landerwaffel? Klatsche Ich bin Kasujani Ich will hier gar nicht Krieg spielen Hat er recht, wenn er Schiffe versenkt mit mir? Das gibt's hier wohl nicht, nur weil sie hier eine Entschuldigung, ich hab die Fahne nicht so schnell gesehen Ich dachte erst schießen, dann fragen Alter Ja, wow Ja, wow Ich frag mich grad, ob sich die Lamphat hierhin gelohnt hat Kann ich euch das? Okay, 300 bezahlen sie fast Ist gut Ähm Ah, Textil ist jetzt nicht so doll Ach, dem geht's gut, oder? Oh Gott, Klamotten Hier, hier, hier Uff Mein Schiff ist auch gar nicht groß beladen mit irgendwas, ne? Also... So, warte mal hier Ja, es könnte besser dabei sein, danke Pfff Fliege irgendwie mal weg Danke Hm Also ich weiß nicht, vielleicht Ich muss mal gucken, wie stark, wie schädig unser Schiff ist Kann nämlich sein, dass wir es reparieren müssen jetzt erstmal Wollen wir weiter ruddeln? Guck mal, Mais Ja, können wir auch ein bisschen verkaufen Das ist super Die haben noch mehr Weizen Äh, ja Hm, okay, ja gut, zieht gut aus So, dann gucken wir mal Äh, Werft Repertur, mein Schiff So ein bisschen Haben die nicht getroffen? Ich glaube, die haben zu viel rumgesoffen Die haben nicht mal getroffen, oder was? Da sich Frankreich und Niederlande im Krieg befinden, hast du keinen Zugang zu dieser Werft Aufträge, die noch in Friedenszeiten gestartet wurden, werden aber abgeschlossen Ah, okay, interessant ist das schon Wie geht's in unserem Schiff? Das ist ja 89% Lebenspunkte Wir sollten nicht so viel in den Niederlande rum eiern, hm Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ich würde gerne nach da hinten oben fahren Ich fahr jetzt nach Großbritannien runter Na gut, dann müssen wir halt das auslassen So ein bisschen Oh, wir haben schon zwei Sterne, ne? Ah, Rumispunkte, sehr schön Meine Nase juckt Warte mal, hab ich grad einen Kaperbrief kaufen? Ja, nee Pfff, da kannst du knickeln Da kannst du knickeln Und was soll ich damit? Hallo, Port-au-Prince Hallo, Port-au-Prince Boah, jetzt geht ein Kaperbrief Ich will nicht kapern Womit denn? Mit meinen Handelsschiffen, oder was? Na gut, ich hab ne Brick, aber hallo Ich hab nicht mal einen Käpt'n Wenn der irgendwie kapern könnte, oder irgendwas Nur mal so Ja, es gibt auch Seeschlachten und Co, ne? Ist ja nicht nur freies Hofschön, ist ja nö Aber man kann sie auch automatisch machen Wobei, im vierten Teil sind sie rundbasiert Und ich finde das so schön Ah, kann man den dritten Teil nicht auch so machen? Wo ist... Naja, Echtzeitstrategie halt Pfff Ah, sehr schön Oh, guck mal, hier gibt's Tabak Uff, uff, okay Leute, wir sind gleich reich Tabak und Kaffee Ist schön Nimmt ihr ein paar Vasen mit Ist auch toll Einmal Vasen Einmal Klamotten Oh, herrlich Oh, ich muss hier öfter hinfahren Erstmal Kaffee eintanken, ne? So, ne Couch wollte ich auch noch haben Na gut, von denen hab ich echt ne Menge kamen Pfff So, jetzt müssen wir mal gucken Ist alles Niederlande hier hinten, ne? Entweder ich fahr jetzt runter nach England Kann sein, dass in Frankreich ich angeschossen werde, ne? Ist nicht toll Warte mal, ich kann mal ein Ausrufezeichen Was habt ihr denn? Zu wenig Wohnraum Zu wenig Wohnraum Vorhanden Tampa Ist das mein Problem, oder? Da ist ein Stern Achso, ich krieg da einen Stern für, wenn ich hier baue? Öh, komm mal hin Moment Ohren Raum Ah ja, ich baue ja erstmal die Baulizenz in Tampa Pfff Ach komm Ach komm Wie krieg ich nochmal? Äh, Moment Erstmal raus zum Tampa Tampa? Danke Danke So, Produktion sieht auch schön aus Äh, Baulizenz Für 25.000 Ja, wow Bin ich gleich pleite Danke So, einmal Baulizenz Und dann baue ich jetzt ein Häuschen dahin Ohren Ort Ach, ich muss ja erst ein Lager bauen Ach, ja Seil, ein Tampa-Lager Na, was soll ich damit? Äh, 34.000 Hups Okay Kein Tampa-Lager Ich hab halt, ich hab nicht mal das Lager unten eingerichtet Großartig Warte mal Corrida Fleece Äh, was? Äh, nein Florida Keys Ähm Ach, ich mit meinen Namen verdrehen Ich bin schlimm Ich weiß So war man denn das Lager eingeklatscht? Das sieht eher aus wie das Königshaus oder so Elf für Lager? Ne, Leuchtturm Ähm Lager bauen Ist bauen Mal Lager Hafen Ah, ne Handelsroute ist das nicht Mach Gott, wie kann man denn zum Lager? Ich überleg grad die Tastenkombi Ich wundere nicht Man muss doch hier zum Lager kommen Äh, irgendwas habe ich noch abgeschlossen gesagt Oh Irgendwofür krieg ich Punkte Schön Ist toll Pfff Punkte sind immer gern gesehen Ja gut, hier haben wir Lager, ne? Muss ich keine Sachen kaufen Juhuuu Ja, aber ich muss zum Lager Wo hab ich das Ding hingebaut? Ich hab gesagt, mehr in die Stadt rein Ist das unser Lager? Oh, danke Ja, das finde ich im dritten Teil besser Da sind immer diese blauen Dinger Die zeigen, wo deine Gebäude sind In der Stadt Hätten sie hier vielleicht auch machen sollen So, wir haben mich noch gar keinen Typen eingestellt So, dann machen wir hier Bim Bam Und 110% Bumla Bärchen Und man kann sich schön handeln Ist doch toll Insofern es irgendwas gibt zum Handeln Kann ja mit meinem Schiff mal kurz vorbeikommen Ich hab grad einen Holländer Puh, der hätte uns schießen können Ah, nicht so lange wir am Hafen sind Da wird nicht geschissen Äh, geschossen Außerdem greift die Stadt an Fahr ich mal hier hinten lang Mal gucken, ob hier noch irgendwas ist Weiß ich gar nicht Ah, das ist auch im dritten Teil Dieser Rücken hier Der ist so ewig lang Da kommt keine Stadt Aber hier müssen eigentlich Na ja, wo müssen Warte mal, welche Städte waren da? Spanien, ne? Oh, Spanien Havanna Havanna na 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 Genau Fahr mal mal aus Spanien rüber Ja, ich will mir das Schiff hier aufreparieren lassen Mal befreien mit den Namen, hoffe ich Ich weiß es nicht genau Ich hoffe es So, Seine nehmen sie gerne Oh, das ist schon mal schön Und ja, bitte Oh, die nehm ich ein bisschen mit Oh, die haben auch Boah, Tabak, ey Halleluja Ist ja mal richtig schön hier Die anderen haben Kaffee, die haben Tabak, ey Ich zieh hier gleich ein Uff Uff Und Steine haben sie auch da Ich weiß auch wie Ich brauche 35.000 oder so noch Hier hinten ist da auch noch Warte mal Zivillia Zivillia Ne, denn Da lag doch früher Als ich noch jung war In der anderen Richtung Die schönen waren Ähm Die haben schein wieder Gemüse Schön Ich irgendwo auf diesem Schiff Was ich irgendwie loslegen kann Oh ja, wunderbar Und